Eine weitere Neuerung, die in Adobe InDesign CC 2018 Einzug gehalten hat, sind die Schriftfilter und auch die ähnlichen Schriften. Für alle, die viel mit Schriften arbeiten und Schriften gern haben, ist das sicher eine sehr gute Sache. Wenn ich eine Schrift ausgewählt habe, kann ich ja hier hin und kann hier alle meine Typekit-Schriften anschauen oder hier alle meine Favoriten anschauen oder ich kann die kombinieren. Das kann ich so machen. Das konnte ich bis jetzt auch. Neu kann ich hier die Filter setzen, also alle Klassen oder nur die Schriften mit Seriven oder zum Beispiel nur solche Script-Schriften oder Monospace-Schriften und so weiter. Also das ist, wenn man mit vielen Schriften arbeitet, sicher sehr, sehr schön. Dann gehe ich hier wieder auf alle Klassen und jetzt kann ich noch das machen, diese Welle hier. Das heisst, ähnliche Schriften zeigen. Und jetzt zeigt er mir Schriften, die ähnlich sind. Schauen wir uns das mal an. Ich habe hier die Myriad Pro, habe diese kopiert, nehmen wir das mal weiter, klicke hier hin. Jetzt zeigt er mir die ähnlichen Schriften, also sage ich doch mal Myriad Text. Myriad und Myriad sollte sicher gehen, aber zum Beispiel noch die Frutiger empfiehlt er mir oder auch noch die Segoe. Also haben wir hier wirklich Schriften, die sehr ähnlich sind und das hilft vielleicht wieder mal eine andere Schrift zu nehmen. Selbes habe ich mit Adobe Kassel und Pro gemacht. Wenn ich jetzt hier hineingehe, sagt er mir auch, ah, das könnte noch passen. Garamond oder zum Beispiel die Gentry und auch noch, was nehmen wir noch, ja, die Perpetua. So, dann kann man das anschauen, man kann sagen, diese Schrift ist sicher feiner und läuft schmäler und so weiter. Hier gefallen mir die Zahlen besser und so weiter. Also so kann ich mir das aussuchen. Und für viele Leute, die gestalterisch arbeiten, ist das sicher eine sehr gute Sache. Also probieren Sie es aus, nutzen Sie die Schriftfilter und auch das ähnliche Schriften suchen. Sie finden es in der neuen Ausgabe von Adobe InDesign ZIC 2018.